Ich muss dabei bleiben und zu Daniel, das ist natürlich Wahnsinn, weil er, so ein junger Kerl, sich da jeden Tag bangt um seine Freunde, um seine Familie und da Tag und Nacht im Grunde bangt und er ist so ein feiner Kerl, so einfach so ein korrekter und feiner Charakter, dass uns das natürlich nahe geht und wir bemühen uns ihm da zumindest jetzt im Sport und im sportlichen Vereinsumfeld ein Umfeld zu bieten, indem er Ablenkung bekommt, aber auch Verständnis bekommt, alles was er im Moment benötigt. Im Moment haben wir das Gefühl, dass es ihm gut tut, bei der Mannschaft zu sein, zu spielen, das sagt er auch so, wenn sich das jemals ändern sollte, werden wir natürlich darauf Rücksicht nehmen, ist auch klar. Vielen Dank Thomas, gute Heimreise euch. Dankeschön, alles Gute. Vielen Dank.